Hallo Leute! In diesem Video werden wir herausfinden, ob du die deutsche Staatsbürgerschaft verdient hast. Und zwar mit einem Einbürgerungstest, der nicht die Originalfragen enthält, aber ziemlich nah drankommt. Im richtigen Einbürgerungstest muss man 17 von 33 Fragen richtig beantworten. In dieser abgespeckten Variante werden es 16 Fragen sein, von denen du mindestens 9 richtig beantworten musst. Für jede Frage wirst du 15 Sekunden Zeit haben. Solltest du mal länger benötigen, kannst du natürlich jederzeit Pause drücken. Wenn du das schaffst, wärst du einbürgerungsfähig. Und wenn du das nicht schaffst, müsste man dir die Staatsbürgerschaft theoretisch wieder abnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie viele Fragen du beantworten kannst. Schreib mir das Ergebnis nach diesem Video in die Kommentare. Und wenn du mehr unterhaltsame Videos sehen willst, abonniere jetzt meinen Kanal. Und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bist du bereit? Los geht's! Nr. 1 Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin? Hast du's gewusst? Richtig ist Antwort A. Der Betriebsrat. Nr. 2 Du hast in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packst du den Fernseher aus. Doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was kannst du machen? Bist du drauf gekommen? Richtig ist natürlich Antwort B. Den Fernseher reklamieren. Nr. 3 Was tut die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag? Hast du's gewusst? Korrekt ist Antwort A. Sie kontrolliert die Regierung. Nr. 4 Wie nannte man ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden. Wusstest du's? Korrekt ist Antwort B. Man nannte sie Gastarbeiter. Nr. 5 Was ist Deutschland? Hast du's erraten? Richtig ist Antwort B. Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Nr. 6 Was war die Stasi? Bist du drauf gekommen? Antwort C ist richtig. Die Stasi war der Geheimdienst der DDR. Nr. 7 Wie werden die Regierungschefs oder Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt? Hast du's gewusst? Korrekt ist Antwort D. Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin? Nr. 8 Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Wusstest du's? Korrekt ist Antwort B. Thüringen Nr. 9 Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt? Hast du's erraten? Richtig ist Antwort D. Die Gaststättenerlaubnis der zuständigen Behörde. Nr. 10 Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung? Wusstest du's? Wusstest du's? Antwort D ist korrekt. Die Unterstützung eines Anwalts. Nr. 11 Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? Nr. 11 Hast du's gewusst? Korrekt ist Antwort B. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft. Nr. 12 Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur nicht, weil er... Er bekommt die Stelle nur nicht, weil er... Nr. 11 Hast du's gewusst? Richtig ist Antwort D, weil er im Rollstuhl sitzt. Nr. 13 Wer wird meistens zum Präsidenten oder zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt? Hast du's erraten? Richtig ist Antwort C. Ein Abgeordneter der stärksten Fraktion. Nr. 14 Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Hast du's gewusst? Richtig ist Antwort A. Konrad Adenauer Nr. 15 Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern? Hast du's gewusst? Es ist natürlich Antwort C. Eier bemalen Nr. 16 Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU? Hast du's erraten? Korrekt ist Antwort D. 28 Das waren alle 16 Fragen. Wie viele konntest du richtig beantworten? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn du noch mehr unterhaltsame Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.